ja wir sind jetzt zurück bei dem zweiten nummer sechs ich habe mir jetzt ein eis geholt der roland hat sein keks gegessen und jetzt sind wir bereit weiterzumachen oder ja was ich gerade noch sagen möchte ist dass ich keinen in-game-sound hatte wie es euch sicher in die ersten drei parts schon aufgefallen ist ich habe mein bestes versucht aber ich weiß nicht warum es nicht hier haut ich krieg einfach keinen in-game-sound ich hab wirklich alles versucht was irgendwie geht also naja okay ich werde in der hintergrundmusik eine gewisse genau was übrigens vor einer song wird ist die dinge sagen übrigens genau aber es dann vor können wo es nicht das finde ich aber voll geil ja ich schaue zwar nicht darauf aber schon dann kann man sich schon darauf händen halten da du bist mir zieht also geht es auf jeden Fall da mal her ich denke mal da und da drüben da sind ja da ein Portal neu genau ja nein ich habe es rechtzeitig geschafft schlecht ätzend so machst du nochmal her passt schon lol ich bin immer verkehrt rum warte mal kurz so muss die drückwärts springer ja ja da und da ach komm schon oh schlecht der ätzend übrigens gar wirklich das wird schon besser aber noch nicht ganz gehört so wäre das eigentlich eigentlich muss ich da her das jetzt jetzt mal das gelbe hier das war das gerade scheiß idee du musst nur mal deine Portale durchsetzen da vorne beziehungsweise namenlos mit die zwei machen und geh du durch und mach auf der anderen seite nicht wo muss das zweite hin also eins auf die schräge und auf das schräge links links auf das schräge genau ok ok so ich habe ja jetzt eis geholt und ich muss ich muss dazu sagen das ist kratzeis ich bin jetzt nicht gesponsert aber das ist kratzeis das ist in einem becher ist eine flüssigkeit drin die wird eingefroren und da muss man es mit dem löffel außer kratzen ich kann jetzt mal demonstrieren wie sich das anhört und das ist übrigens sehr erfrischend was muss ich jetzt machen ich brauche einen kubus irgendwo einen kubus der kommt gerade angeflogen war es ja einfach drauf und das ist ein interessanter wir schauen wir oben genau schenkt you schenkt you so also ich kann schon eine achso ja du musst um mir gehen jetzt ist übernehmen was ich gemacht habe also quasi dort Portale her und dahinten du musst schon dort Portale her und dann hinten da hinten ja weißt schon also du gehst jetzt erstmal da auf da und dann sitzt du da Portale hier und da hinten auf die schräge Fläche da hinten weißt schon da da hinten kapierst das? genau und jetzt springst du Gott also einfach genau umgekehrt genau yeah ja du drängelst dir vor wie wie ungehobelt was ach schilmei boah das ist cool excellent work excellent work ok jetzt schilmei ganz kurz drücken wir den Button dann kommt irgend so ein Ding auf ja das Problem ist das Problem ist das Problem ist schau her wo flögt der hin der flögt in meine Richtung oh sechste das mhm du musst ähm was gibt es denn bei dir noch doch noch ein Ding zurück gell schau dir mal langsam um mhm mhm ja und zurück mhm mhm ach natürlich viel Spass nimm mit ok oh ah thank you oh na nicht erwischt das macht mich jetzt so lange bis in der Wisch aha intelligent na war zu weit weg es kann jetzt so Stunden dauern ah ja jetzt auch ihn so na ist ok komm zu dir wunderbar on completing that last time but i find something troubling without the looming consequence of death is this even science haha Gottseis Gottseis ich könnte wieder Kuvertüre essen mhm hört man dann wieder ooooh krrrk mhm oh bei mir haben wir kurz die Konsole gesehen so so schauen wir mal oh zerquetschen wärmer und anlaufen müssen wir nicht mehr und Laser strahlen hinterher oh ok gut zu wissen die wie die aus der die g so jetzt ich will schweig warte wir müssen gleichzeitig springen das ist der Schubbörder oh ok du musst aber deine oder vielleicht schaffe ich es noch na wir schaffen es nicht mehr ok dann müssen wir auch gleichzeitig springen eins zwei drei ungefähr ja genau portelfläche portel anna bleibt auf bleibt auf ok ok immer nur auf dem weg hübschen lohn au au hau ich werde schlucken ich darf nicht weggehen Ich bin nicht sicher, wie ich diese Tests für dich machen kann Okay, jetzt chill mal ganz kurz Was müssen wir überhaupt machen? Da muss, äh, da muss ein Laserstrahl eingehen Dann fährt die Plattform da hoch Dann kannst du anlaufen, immer da einspringen und dann da oben, setzt du da mal her und da mal her Genau, dann springst du, vollst du da dagegen und das muss jetzt so richtig getimt sein dass du möglichst weiter vierig kommst Genau, und dann auf den Button Das heißt, irgendwer muss die Plattform irgendwie Ja, das mache ich jetzt gleich Du, du gehst da auf, eh Ja Und kratzeiß Oh In case you are wondering You do not need to be crushed to solve this test Wirklich, gleich das Ja, das war jetzt grad so zum Testen, ob's ja wirklich funktioniert, weißt? Oder ob das nur eine Attrappe ist Genau Ich bin einfach seitlich dagegen gelaufen und ich bin gestorben dran Ja Oh, 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 oh Yeah Schick die Yeah Und ich hab's geschafft Geht das? Ich hab's geschafft Ich bin... Ich bin drin Voll geil Du bist der Vierer-Code? Ja Du bist der Vierer-Code? Ja, du bist der Vierer-Code Voll geil Ähm, du musst jetzt auch da dagegen hopfen Genau Dankeschön, jetzt bin ich da Ich hätt's mir die Plattform da lassen müssen damit ich zu dir um mich kann Ja Mag ich aber nicht Das mach doch nicht Aha Einfach da ein Tor hin und weil die trennten dann Da ist keine Plattform Zeig Da ist nichts zum Plattform machen Ähm, ja, da Aha Ach, ich weiß, was wir machen Wollen wir uns jetzt den Cube Oh Gott Und dann schmeiß ich mir den Cube da auf und laufen dann beide da durch Oh Oh, oh, oh Ich bin voll schlau, oder? Oida Ich sollte dich schnell knacken, bis du umschaffen Hm Wow, voll gut Au Schling Hm Hm, du mal probieren Und dann musst du, das, das kannst du schaffen, gerade noch Oder, nein, ich hab noch ein bisschen eine Idee Jetzt pass auf, jetzt kommt's, ja Oh, ey Ich hab noch ein Eis Ich hab noch ein Eis Hahahaha Doder ging und Doder ging Und Doder ging Und Doder ging Jetzt kommt's, pass auf, weil dann pflückt der da auf, eh Mhm Verstehst du sie, Mann? Schleicht, hat nicht hingehaut Hat nicht hingehaut Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn davon ist, aber es hat funktioniert Ich weiß es auch nicht Ja We should take a break from the official testing courses Hm, find dir Und deswegen, machen wir jetzt eine Pause Was, jetzt schon? Ja, voll die Überleitung Ja, das waren jetzt um die, 10 Minuten wieder Das wären jetzt ziemlich gut zu folgen dann bis zum nächsten Mal mache ich mal eine Abmoderation zur Abwechslung und viel Spaß mit der Folge Tschüss